Moin Moin aus Klinkeswelt, herzlich willkommen von Kröte und Klinke. Ja, was haben wir diese Woche geschafft? Sehr, sehr wenig diesmal, wirklich. Diesmal mal wirklich verdammt wenig gemacht. Hatte ausnahmsweise recht. Schaut es euch einfach an. Trotzdem habt viel Spaß. Ab geht's. Tschüss. Bis gleich. So, Kröte, lass uns mal gucken, wie wenig wir wirklich gemacht haben. Sehr wenig. Ja, hier haben wir noch ein bisschen die Felsen farbig gemacht. Erstmal schwarz und weiß und braun. Braun. Ja, ich hoffe auf den richtigen Namen jetzt von dem Braun nicht. Kann sein. Ja, und dann natürlich noch mit dem Grün wieder hinterher. Damit dann bald begrast werden kann. Da freust du dich schon richtig drauf. Jetzt, wo der Schotter fertig ist. Genau. Brauche ich eine andere Aufgabe. Ja. Und das sieht so einfach aus, wenn du das siehst. Das sieht richtig einfach aus. Das ist immer eine Auf- und Abbewegung. Könnten wir auf dumm hinankommen. Aber es ist sehr armlastig. Aber man sieht schon jetzt wieder ein bisschen, wie die Landschaft entsteht, wie sie sich gestaltet. Und der Flusslauf endlich mal so ein bisschen Form annimmt. Jetzt erkennt man auch, dass da ein Platz für den Fluss ist. Und dann ging es nach drinnen. Ja, wir haben Hallenverbot. Ja. Und nicht, weil es so kalt ist. Ja, auch weil es ein bisschen kalt ist. Für Begrasen, das wird nicht kühl. Aber ich habe hier mir als Aufgabe gesetzt, ich brauche noch eine Flaschenabfüllung für die Hasse-Röder-Brauerei. Und das soll sie werden. Der Lokschuppen-Sonneberg oder wie der heißt von Pico, der wurde einfach mal zweckentfremdet. Und da wird ein schönes Rejev-Gebäude für meine Flaschenabfüllung. Die erste stand da schon, hast du gesehen. Müllermilch. Ja, man muss ja auch mal was Gesundes trinken. Man kann ja nicht immer nur so Hasse-Röder oder so trinken. Da muss ja auch mal der Müller mit seiner Milch kommen. Und hier von hinten bleibt es natürlich offen, weil es an die Wand rankommt. Aber da soll auch noch so ein bisschen die Flaschenabfüllung gestaltet werden. Da habe ich noch das Licht verkabelt. Zack, da ist es. Wie schnell es ging. Ja, und das ist sozusagen die Winterarbeit mit Hallenverbot. Und bei meiner Tochter, da habe ich meine Tochter gebaut, meiner großen, mit der Bella. Und ja, hier haben wir noch eine kleine Tankstelle gebaut. Hatten einfach ein bisschen was, ja, ein bisschen Spaß dran. Und es geht Stück für Stück voran und das Haus wird wieder voll, indem da Gebäude stehen. Und was ist das? Das sieht komisch aus. Das hat mir der Adi gedruckt. Das ist hier Gebäudeteile. Weil wir haben doch hier letztens, weißt du noch, wo wir hier gesessen haben? Ja, da hast du was von Drucken erzählt, ja. Und der druckt ja mir die ganzen schönen Teile, die ich haben will. Wie hier zum Beispiel den Jägerzaun hier vorne oder die Bänke. Und da mache ich jetzt gerade mal die an und mache sie wieder sauber. Und ich bearbeite die, dass einfach ein bisschen Farbe kriegen. Guck mal, dieses helle Material, das sieht ja nicht so schön aus. Und hier vorne, siehst du, sind schon ein paar Jägerzäune fertig. Ich mache die also mit schwarzer Farbe. Mal dunklem Wasser auch bearbeite ich die. Ich mache die schwarz und dann mache ich mit einem feuchten Tuch die wieder ein bisschen sauber, dass da eine Schattierung steht. Und hier, guck mal hier, der hat er auch gedruckt, der Adi. Der Container für Wernigerode, für die Schlacke. Den habe ich da so ein bisschen mit Rost behandelt und auch da ein bisschen schwarz gemacht von dem... Oh, ein Po. Den hat er nicht gedruckt, oder? Ein bisschen unangenehm. Nee, der ist naturbelassen, wirklich naturbelassen. Guck mal, du bastelst da hinten auch fleißig. Das werden wir uns bestimmt... Oh, du rennst auch umher. Aber ja, du bist anständig. Das sind immer so schnell jeden, oder? Ja, wir sind da fertig. Und da, guck mal, Zäune. Das ist echt eine tolle Sache, Zäune. Das ist ein 3 Meter Zaun. Und da geht man zugrunde an. Also der Container war so schön leicht zu kolorieren. Und der Mist hält immer auf und macht bunte Finger. Aber was soll's. Das muss ja einfach mal ein bisschen Farbe kriegen. Und ja, also wir mögen uns langsam im Haus bei mir zu. Weil wir einfach nicht alles verbauen können, was wir da schon vorbereiten. Aber es wird dann Schlag auf Schlag in der Realität nachher auf der Anlage gehen, dass es da, ja, wie soll ich sagen, ordentlich vorangeht. Ach mal hier, hier ist das Haus. Siehst du die Teile da hinten auf der Pappe? Die hat er gedruckt. Und das sind die Hausteile für 3 an Hohne. Einer ist nicht nur an die Baracke, die da vorne stand. Ja, ich erinnere mich ganz schwarz. Und die hat mir er gedruckt. Also wir haben sie versucht nachzubauen. Oder er hat es versucht nachzubauen. Ich habe euch aber nur die Wünsche. Und das sind halt diese Steinsockel, die ich da auch koloriere. Weil gedruckte Wagen, was war das? Auf einen Motivationskurs. Auf einen Motivationskurs. Fui. Ja. Ich lasse mich aber nicht ablenken. Ich bin da echt tough. Und auch diese Sockelsteine, das ist ja ein Knallrot. Und es wird natürlich schwarz angemalt, dann wieder abgewischt. Dass die Fugen ein bisschen Farbe kriegen. Die Scheine. Das sieht sonst einfach alle zu aalglatt und neu aus. Und nicht schön. Da ratter ich und ratter ich. Und guck dir mal meine Finger an. Hast du den Daumen gesehen? Hast du den Daumen gesehen? Alter Schwede. Das ist das Fachwerk, was gedruckt worden ist eben. Und da die ganzen Einzelteile, das muss alles bearbeitet werden. Die Mausteine mache ich halt nur kolorieren. Das Holz nur. Und das sind jetzt, was ich gerade anmale, sind diese weißen Putzelemente. Und die mache ich auch erst mal leicht schwarz. Schattieren. Abwischen. Und dann mit weißer Farbe. Oh, ich habe mal Händegradsarbeit gemacht. War da mal nicht so viel gebracht. Das ist ein Picobello. Ich glaube, ich habe heute noch Farbe dran. Ja, mit weißer Farbe einfach nochmal rüber. Dass es dann auch einfach so eine Putzstruktur wieder kriegt. Das soll ja auch ein bisschen oll aussehen. So oll, wie es in der Realität ist, kriege ich es nicht hin. Aber ich habe es versucht. Und da trennst du da eigentlich hin und her die ganze Zeit. Und du hast ja die Teile vom Haus überall verdreht. Ach, du baust ja auch ein Haus, ja. Wir haben beide ein Haus gebaut. Ich trage ein Hohne und deins kommt wahrscheinlich nach Wernigerode. Für die Stadt. Und da, siehst du mal, wie viele Teile das hat. Das Haus hat, glaube ich, eins, zwei, das waren acht Fachwerksegmente. Und alle haben fünf mal drei, 15 Teile gehabt. Das war eigentlich super drauf. Ach, guck mal hier. Da habe ich noch schnell den Schlacke-Kran von Wernigerode. Ab und zu zwischendurch. Also ich bin Multitasking. Ich springe von einer Sache zur anderen. Den Schlacke-Kran habe ich auch so ein bisschen dann, ja, koloriert. Dabei Kran musste ja auch ein bisschen gelb werden. Und dann musste der auch dreckig werden, der Stamm. Weil da mit Schlacke, der ist ja dreckig. Ah, jetzt lebe ich schon. Jetzt bastle ich schon das Fachwerk zusammen. Wo auch immer ich das hinpacke. Aber interessant. Das habe ich hier vorne wohl versteckt, ne. Nicht böse Eingung. Na gut, ich bastle. Ich zeige gleich das Ergebnis. Jetzt gehen wir erst mal zu dir. Da. Ah ne, doch nicht. Hast du mich abgelehnt. Da, jetzt sieht man das Haus schon. Ja, hier sieht man diese, jetzt machen wir das Dach auf. Aber man sieht schon mit seinem Gürtel, dass das Haus um hat, was es mal werden soll. Und, ja, gleich zeige ich euch mal ein Bild, wie es aussieht in Realität, wonach der Adi mir das entworfen hat. Ja, dass wir so ein bisschen auch Verständnis haben, was wir da eigentlich wollen. Na, jetzt gucke ich es mir gerade an und freue mich. Jetzt hummelst du an meinem Container noch rum. Guck mal, das ist das Foto von dem Haus. Und das ist das Ergebnis. Ne, die Gewichte immer ein bisschen mal sein und die Spanner, damit es auch mal ein bisschen vorn kriegt. Und so ist das Ergebnis, was wir erzielen konnten. Leider habe ich kein Bild mehr vorher gemacht, wie es vorher aussah, wie steril das ist. Aber ich finde Adi super gemacht, ne. Toller Typ. Und das ist das, was du bastelst hier, ne. Ein Polar-Fachwerkhaus mit roten Fensterläden. Schönes Teil. Und steht schon bald auf der Anlage, das schöne Häuschen, ne. Cool. Und da ist der Container. Jetzt haben wir da ein bisschen Schaumstoff reingemacht. Haben wir fleißig plackiert. Ja, und besprüht. Und da habe ich schon Leim raufgemacht und so eine kleine Mini-Kohle raufgemacht, damit das auch wirklich so eine Schlacke darstellt. Da bin ich ja nicht wundert, warum das auf jeden Fall weiß es ist. Sieht schon cool aus, ne. Ja. Und warum haben wir Hallenverbot? Weil du alles umräumen musstest. Wir haben immer fleißig die Ecke freigeräumt. Ja, weil die Umbauarbeiten beginnen für unseren Fahrstuhl, den Paternoster. Nicht für unseren, für die Loks. Ja, für die Loks. Wir denken doch, wir sind alt und müssen mit Fahrstuhl fahren. Ne, ne, so weit ist es noch nicht. Sehr gut, ja, ne. Und hier wird angefangen heute, da haben sie die Wand schon eingeschlitzt und einen Sturz eingesetzt. Weil ich muss ja da auch durchkommen, von der einen Räumlichkeit zur anderen. Und Staubschutz wurde schon mal aufgehangen. Damit die Anlage nicht leidet und wir kommen einfach nicht mal in die Anlage ran. Das seht ihr gleich. Ne, jetzt können wir gleich in den Bereich Steinerne rennen. Ja, da ist noch der Durchgang. Da kommt der Paternoster rein und die Anlage ist geschützt. Und Wernigerode, der ganze andere Anlagenbereich ist auch abgehangen. Wir kommen da einfach nicht weiter. Das ist der Hintergrund. Wir dürfen dort nicht basteln, wir müssen zu Hause basteln. Ja. Das war schon das Geheimnis. Wir hoffen, dass das in den nächsten Tagen erledigt ist und wir endlich weitermachen können und die Anlage nicht gelitten hat. Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt. Lassen wir uns überraschen. Ja. Und wir werden es euch zeigen. Später. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem Bastelverbot und wir sehen uns bald wieder mit Neuigkeiten. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ich weiß, ihr hattet ein bisschen ведer. Bis dann. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet ein ganzes Beispiel. Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017